Hallo, ich bin Rob. Und das hier ist das weltweit einzigartige GPS-Auge in One. Es begeistert Logistiker und anspruchsvolle Endanwender mit souveräner Performance und einem noch nie dagewesenen Funktionsumfang. Das GPS-Auge in One sendet seine Position via GPS-Over-IP live in das Internet. Es kann Nachrichten und Aufträge senden und empfangen. Es navigiert den Fahrer zuverlässig an jedes gewünschte Ziel. Und es verfügt über umfangreiche Entertainment-Funktionen. Datenübertragung? Mit dem GPS-Auge in One ein Kinderspiel. Sogar individuelle Programmierungen lassen sich mit diesem Wunderwerk mobile Technik Made in Germany realisieren. Mit dem GPS-Auge in One verfügen Sie über ein hocheffektives Instrument, auf das Sie schon bald nicht mehr verzichten wollen. Wetten! Mit dem GPS-Auge in One steht Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, miteinander in Verbindung zu treten. Sie können E-Mails, Aufträge und Kurznachrichten senden und empfangen. Oder verbinden Sie die Freisprecheinrichtung von InOne mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon. Das GPS-Auge in One hält Sie in Verbindung. Das GPS-Auge in One sendet Positionen dank GPS Over IP live ins Internet. Mit GPS Over IP, der leistungsfähigsten Technologie zur Übertragung von Geokoordinaten, senden Sie Positionen kostengünstig, schnell und vor allen Dingen sicher ins World Wide Web. Zudem bleibt Ihre GPS Over IP Verbindung permanent online. Dafür sorgt Intelligent Power Management. Auch wenn alle andere Funktionen ausgeschaltet sind, sendet das in GPS Over IP die Positionen weiterhin in das Internet. Dank offener Schnittstelle können Sie diese Daten sogar in eigene Anwendungen integrieren. Die außergewöhnliche Performance von GPS Over IP wurde übrigens schon mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Convergators Award und dem Deutschen Internetpreis. Übrigens, das GPS-Auge in One ist auch ein ausgezeichnetes Gerät. Drei, zwei, eins. Das Navigationssystem wurde gestartet. Biegen Sie nach links ab. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Neben den vielen Funktionen enthält das GPS-Auge in One natürlich auch eine integrierte Navigation, die sich sehen lassen kann. Die Navigationssoftware sorgt dafür, dass Sie Ihr Ziel auf dem kürzesten Weg erreichen. Sie können Zwischenstops in die Route einkalkulieren, finden mit dem Point of Interest schnell die nächstgelegene Tankstelle oder ein Restaurant und verlieren dank der 3D-Ansicht niemals den Überblick. Mit dem GPS-Auge in One bleiben Sie immer auf der richtigen Spur. Na, Langeweile? Das muss Ihnen lieb sein. Das GPS-Auge in One ist ein echter Entertainer. Denn es enthält einen Audio- und Videoplayer. Hören Sie Musik? Betrachten Sie Ihre Urlaubsfotos? Oder schauen Sie doch einfach Ihren Lieblingssinn? Mit dem integrierten FM-Transmitter können Sie den Ton sogar kabellos an Ihr Autoradio übertragen. Oder wollen Sie lieber surfen? Naja, bitteschön. Dann gehen Sie doch einfach online. Lassen Sie sich entertainen vom GPS-Auge in One.